Jo Leute und damit Willkommen zu Left 4 Dead, ein neues Let's Play Together mit dem Flash Shooter. Juhuuu! Wir beiden bekloppt machen zur Zeit viel zu viel zusammen. Ja schrecklich, sollten wir damit aufhören. Das hält man eigentlich gar nicht mehr aus. Wir wollen die Kampagne online zusammen zocken. Nach Spielen wird gesucht, ups, falsch gedrückt. Ja, wäre richtig drück zu drücken. Mit Freunden spielen da. Ja, mit Freunden spielen, wir sind aber keine Freunde. Oder soll ich dich einladen? BABAB, Infektionszentrum, die Brücke, da kannst du richtig aussuchen, ne Kampagne. Schwierigkeitsnormal, grad normal ja, ne? Jaja, mach ruhig. Bester, offiziell dedizierter Server, bester verfügbarer Server, lokaler Server, offizieller mach ich. Naja. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich glaube, wir erstellen ist auch nur für Freunde. Na dann. Ich hab bis jetzt noch keine Nachricht bekommen. Spiele erstellen. Verbindung unterbrochen. Sitzung konnte nicht hergestellt werden. Überprüfen sie ihre Internetverbindung. Fick dich. Äh. Oder soll ich einladen? Bester verfügbare, das definieren. Das dedizierte Server. Mal gucken. Sonst musst du gleich mal versuchen. Ja. Äh. Äh. Vielleicht so eine Schwierigkeiten am Anfang. Ich kann kotzen. Ah, jetzt. Äh. Einladen. Einladen. Ah, ich hab was bekommen. Ja. Ich hab den Einladung geschickt. Ja. Ich will wissen, wie das funktioniert. Was hier wird. So, wie komme ich jetzt am schnellsten hin? Ja, ist geil. Das ist natürlich geil. Wieso? Ja, jetzt hat er mir oben eine Nachricht rausgegeben. Jetzt kann ich da nicht mehr draufkicken. Ich weiß gar nicht. War das Shift-Tab oder so? Shift-Tab oder SRG-Tab war das? Naja, jetzt hab ich da nicht mehr an. Der ist blöd. Ja? Ja. Ah, da. Sind auch mal einer geschickt. Shift plus Tab. Aber irgendwie drücken sie um die Anzeige. Shift-Tab. Ah. Ah. Haha. Okay. Ich kann jetzt die Spieleinstellung noch ändern. Ja, äh. Da Mitspieler. Muss jetzt hier draufklicken, hier du Vogel. Also nicht. Ja, ich auch nicht. Ich habe hier Freunde, ja. Spielbeitreten da. Spielbeitritt erfolgt. Okay. Jetzt habe ich es herausgefunden. Machen wir Charakter auswählen oder zufällig? Naja, ich würde schon auswählen. Sitzung konnte nicht erstellt werden. Überprüfen Sie die Verbindung. Versuchen Sie es erneut. Okay. Na, dann versuche ich nochmal. Naja. Immer diese Schwierigkeiten am Anfang. Unglaublich. Muss ich dich nochmal einladen? Nö. Nö. Aber ich kann nicht erstellt werden. Ich weiß auch nicht warum. Oh, dann mach du mal auf. Und lad mich mal rein. Ah, hier komme ich jetzt wieder raus aus dem Menü. Na, zum Spielzeugländer. Und Freunden spielen, neue Lobby erstellen, Campage, Normal, Schwierigkeiten. Okay. Was hast du denn für einen Server? Hast du denn bester verfügbare? Oder lokaler? Ja. Bester verfügbare. Bei lokaler oder der wollen wir nicht erstellen. Okay, Lobby erstellen. Achja. Spiel erstellen. Ja, dann mach das mal. Ätzend. Hä, Verbindung konnte nicht. Was willst du mich veräppeln? Hast du das gerade auch gehabt? Hm. Hatte ich ihn? Auch. Hm. 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 Äh. Warum Sitzungkonten nicht erstellt worden? Wir prüfen sie ihre Verbindung. Hallo? Warte mal. Ich mach mal nochmal kurz auf. Was ist wenn ich lokale Server nehme? Und erstellt er jetzt? Herstellt er nicht? Keine Ahnung. Ah, ist das schrecklich. Hm. So ist das immer echt schrecklich. Das stimmt. Unterbrochen. Jetzt hängen wir hier rum. Äh, zack. Zack. Jetzt müsste er da kommen. Herstellt. Was ist das für ein Scheiß? Ja, wahrscheinlich spielen viel zu viele gerade, weil das ja umsonst gab's. Ja. Ist natürlich geil jetzt. Hm. Äh, zack. Dann mal probieren. Ich glaub wir hätten die Aufnahme starten sollen, wenn wir in diesem Ding drin gewesen wären. Wär, glaub ich einfach gewesen. Na gut, dann unterbrechen wir hier kurz die Aufnahme und machen weiter, wenn wir das haben. Bis gleich, tschüss. Jo Leute, und da sind wir auch schon wieder zurück. Und wir sind endlich auf der Lobby. Äh, bäh, bäh, in der Lobby. Auf der Lobby sind wir eigentlich mal gejoint, aber nach drei Stunden oder so haben wir es eigentlich mal hinbekommen. immer geschafft. Ja, ich nehm, Elise. NM Coach. 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 Ich würde mal sagen. Wir starten, ne? Jupp. Start, Abstimmung abbrechen. Ne, kann ich nicht klicken. Lobby verlassen könnte ich höchstens jetzt abklicken. Ja. So, jetzt können wir nicht joinen, weil alles überfüllt ist. Spielzimmer wird ausgewählt. Ja, merke ich gerade. Jetzt können wir gleich schon wieder unterbrechen, weil das wieder Jahre dauert. Oh, 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 oh. Oh, er lädt. Es wird noch. Ich dachte schon gerade. Es wird was. Ah, es ist ja gleich Zombiegeschnitzel. Wenn wir reinkommen. Wenn wir reinkommen. Interne Jump. Shotgun schon mal laden. Aber heißt es nur, wenn wir reinkommen. Mhm. Aber wir haben schon mal Glück gehabt. Ein Problem hatten wir ja eben schon. Die Lobby. Problem Nummer eins gelöst. Jetzt fehlt nur noch Spielserver. Suche Felix. Keine passende, verfügbare, dedizierte Server gefunden. Möchten Sie ein lokales Spiel hosten? Okay. Hoffentlich klappt das. Wir treten bei. Hä? Woanders. Wir treten an den Kampagnen Spiel bei. Hauptrolle, Flash Shooter sind das Black IP, Nick und Wojell. Ja, Wojell und Nick sind die anderen KI Dinger. Mhm. Ach ja. Scheiße zu laufen. Ladevorgang läuft. Ja bei mir auch. Okay aber auch der lange. Gegen ihn wie auf Einzelplayer ging das ein bisschen besser. Ja, Server halt ne. Kann man nix machen. Aber jetzt läuft das wenigstens. Heileluja. Okay, zack. Wieder im Hauptmeni. Scheiße. Fehlt nur noch da. Boah, meine FPS grad voll eingegangen. Ja. Mhm. Meinen halt immer noch was mit 300. Jedes Mal wenn der Ladevorgang etwas freien geht. Geht mein FPS voll in die Knie einmal. Fürs Video und live sind das 30. So. Ich will auf einer Session. Das voll laut. Ne, ich hab das grad auch schon mal runtergestellt gehabt. Ich hab da so niedrig eingestellt, dass du den Balken nicht mehr sehen kannst. Haben die uns gesehen? Wir haben uns gesehen und kommen nicht wieder. Oh. Flieg zum Einkaufszentrum rüber. Warte mal. Options. Schnappt euch irgendwas wo. So. Nein, ich will nicht die Axt. Audio. Noch ein bisschen leiser machen. Ja, ich hab da schon so... Toll, was darf ich jetzt nehmen? Hier, du kannst... Nimm ne doppelte Waffe hab ich auch schon genommen. Und nimm ne Medi-Pack mit. Nimm mal ne zweite... Willst du nicht zwei Waffen mitnehmen? Wie zwei Waffen? Mach doch hier... Hier vorne ist ja ne Waffe. Hier, hier, hier neben mir. Neben dir, neben dir, neben dir, neben dir. Da. Ach da. Dann musst du zweimal drücken. Ach so. Weil du hast unten eigentlich Munition. So. Healing. Wie? Gar nicht, ne? Was? Healing. Was denn? Äh, healing musst du einfach mit Scrollrad, musst du auf das, äh, auf den Pack gehen. Dann kannst du nicht... Aua. Und ähm, mit SRG kannst du sneaken. Ja, ja. Wollen wir schon klar. Sollen wir mal runter? Ja, genau. Zusammen bleiben und überleben. Ich weiß. Bist du mal so. Tschüss. Hahaha. Da. Boah. Ich hab immer Angst, dass du jetzt... Ah. Pass auf. Verräg. Du bist nützlich. Nein, 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 wir kriegen ne Überraschung. Oh. Pappappappappappappapp. Äh. Scheiße. Nachladen nachladen. Schneller. Hahaha. Das ist das geil. Pappappappapp. Oh. Da hinter ihm. Jawohl. Smoker. Laden ab. Scheiße. nicht da reingehen ich wollte schon sagen eben das das button ist hier hinten sind noch ein paar oder auch noch doch hinter dir nur zur Info die Kugel tut weh ja ach nee ach so ich muss ja Reload drücken Boomer Alter verreckt du Mistvieh boah lass den Dicken Schwarz in Ruhe weiter geht's auf der anderen Seite aber geh doch mal weg da ja ich sneak schon kommen wow wow du kannst auch mit rechter Maustaste kannst du dir ja schlagen ja ich weiß hinter dir ah genau oh mein Gott mit dem Zombie-Gemetzel her was gibt's da was gibt's da weiß ich nicht irgendwelche Gegner bestimmt ich komm hier nicht ach hier komm hier nicht rein ich will da nicht reingehen ich geh aber rein und die außen rum mit dem Schuss so Exit oh nein 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 nicht Jockey nicht Jockey doch Spaßbremse hey ich bin der Spaßbremse bin ich da immer hier können wir nicht rein geht nicht rein hab schon geguckt eben können wir noch irgendwas öffnen oh oh hörst du das ich hab's gehört oh hinter uns hinter uns hinter uns ja boah ey ich muss nachladen boom ich muss nachladen ich muss nachladen ah cha cha boah glück gehabt ne wie lädt man so nach reload mit R ach so yo ich glaub wir müssen hier lang ne hier lang na tut die Kugel weh ja ne nein wow boah Hunter Hunter war's komm rein die sollen sie mal bewegen hier schmerzmittel äh na mach jetzt das ich meine mir erstmal die schmerzmittel kann man dir nehmen ach so genau alles klar ich übernehme die totale frontieren hallo guten tag guten tag guten tag komm hier liegt noch was kann das gar nicht aufgeben doch mit e ja geht nicht wo muss ich mal alleine weitergehen ja komm doch her wo bist du eigentlich da vorne ach so ja lass mal rochelle und nick da vorne ein bisschen rumballern was denn boomer kotze muss ich einfach drücken doch muss einfach eh drücken ne ich konnte es nicht aufgeben ich hab das nämlich schon ja hast du schon boah hast du boomer kotze geworfen du ne ne ich hab meine noch in der hand ne ich war das nicht die anderen springen da runter doch du warst das ja meine zweite meine eine meine ich ich würde mal an deine stelle würde ich dich mal heilen ach cool warte warte mal kurz warte mal kurz das hier doch hinter uns hinter uns hinter uns wir haben schon ja da kommen noch mehr da kommen mehr egal lass sie mal machen dann mal weitergehen guck guck hallo guck mal da ist noch irgendwo jemand ein heißes bad nehmen adrenalin hier ist noch elektro schocker drin drüben denn doch hier ist noch ein zweiter elektro schocker ja was so dass ein defibrillator wenn der man ja das hier tot ist dass ein defibrillator ist das der defi kannst wenn du toten spieler um tote spieler wieder zu überleben dddd feuer okay kann man nicht zielen glaube nicht irgendwie nicht keine mitte so